Hallo, was machen Sachen? Heute ist ein Update von meiner virtuellen Galerie, die ich der Unreal Engine gebaut habe. Ich habe ja vorher schon mal ein Video dazu gemacht. Das werde ich auch für euch verlinken. Und wollen wir damit anfangen. Ihr könnt die Unreal Engine als Spiel herunterladen. Ihr bekommt eine SIP-Datei. Wenn ihr die entpackt, kriegt ihr diesen wunderschönen Ordner mit ganz viel drinnen. Hier befinden sich auch die Links an einem Dokument für die Leute, die halt in meiner Galerie mit ausgestellt werden. Ja, und ein paar kleine Bildchen. Die könnt ihr euch heransehen, wenn ihr denn möchtet. Und dann wollen wir die Galerie mal starten. Oh, ist okay. Ja, ich erlaub's dir. So, wie ihr seht, ich habe alles ganz brav eingedeutscht. Das war ja vorher in Englisch. Jetzt erstrahlt alles in einem neuen Gewand. Ich habe auch die Farbe geändert. Ich habe mich diesmal für Violett entschieden. Machen wir einen kleinen Rundgang. In dem Raum hat sich jetzt so viel nicht getan. Ich habe die Materialien ein bisschen überarbeitet. Auch die Engine in die neueste Version geholt. Das hat mir ein bisschen Arbeit gekostet. Und man kann halt, wie immer, einen Großteil der Sachen, wenn man dann trifft, abschließend... Nee, die war nicht. Wie gesagt, in dem Raum ist nicht viel passiert. Ich habe die Materialien etwas angepasst. Habe halt auch viel im Hintergrund gearbeitet. Habe halt Sachen, die ich nicht brauche, gelöscht, Materialien neu aufgesetzt und auch die Struktur in den Ordner überarbeitet, dass ich schneller arbeiten kann, leichter was finde. Aber das seht ihr alles im Spiel direkt nicht. Das sind so Hintergrundgeschichten. Auch gibt es momentan noch keine neuen Modelle. Hier werde ich dann halt auch das Zeug, was ich für Videos erstelle oder auch für meine neuen Projekte ausstellen. Das Häuschen habe ich etwas kleiner gemacht, weil die Originalgröße nicht reinpasst. Dann habe ich es innen im Dach hängen und ich wollte noch keinen Außenbereich machen. Vielleicht, wenn ich mehr Möbel für draußen habe, mache ich noch einen kleinen Außenbereichchen mit auch einem richtigen... Rausguck... Nee, Ausguck. Momentan sieht man halt nichts draußen. Ich habe noch keine HDRI oder sowas rausgestellt. Es ist halt einfach nur die normale Skybox, die Unreal zur Verfügung stellt. Auch bei meinen Bildern hat sich jetzt momentan nicht viel getan. Es sind keine neuen Bilder dazugekommen. Ihr seht, ich werde auch keine Fanarts oder Aufträge hier ausstellen. Also sind das halt meine Arbeiten, die hier ausgestellt werden. Es hat einfach was damit zu tun mit den Namensnennungen und so weiter. Da hatte ich das letzte Mal Schwierigkeiten. Deshalb bleibt es jetzt fürs Erste auf jeden Fall bei meinen Werken alleine. Dann gehen wir erst hoch. Auch hier, alles schön in Deutsch zum Nachlesen, sind unsere gemeinsame YouTube-Wende. Ich habe meins schon mal gemacht. Auch Kumi hat sich schon gemeldet und hat eine Wand für sich bekommen. Wie genau der Aufbau ist und wie es abläuft, ist in dem ersten Video erklärt, das ich euch verlinkt habe. Jeder kann sich so eine Wand quasi reservieren. Ich habe sechs Vorlagen, wie die Verteilung der Rahmen ist. Da kann sich jeder das ausruhen, wie er möchte, um mir dann halt seinen Namen plus halt die Bilder, die er halt eingefügt haben möchte, zu senden. Die E-Mail-Adresse dazu schreibe ich auch noch mal unten in die Beschreibung. Tja, ich sehe halt, noch ist es leer. Ich hoffe, da kommt bald mehr. Eventuell werde ich die Zwischenwende etwas weiter auseinander stellen, dass man besser gucken kann. Obwohl, passt gerade so rein. Ich gucke dann mal. Könnt ihr immer in die Kommentare schreiben, soll ich die weiter auseinander stellen, oder sollen die so bleiben, weil man kriegt sie ja vollbildmäßig drauf. Hier funktioniert ja auch. Das Licht muss ich noch etwas überarbeiten, das gefällt mir noch nicht. Auch so ein paar Schatten, die sind noch nicht wirklich optimal. Das sind so Kleinigkeiten, die ich dann halt im Hintergrund mache. Und natürlich, mein Lieblingsraum. Ich liebe einfach, was da alles so geht. Wie gesagt, das meiste, was ich jetzt gemacht habe, waren halt einmal die Übersetzungen. Ich habe die Wände fertiggestellt. Und viele sind halt so Sachen, die mehr so im Hintergrund passieren. In der Editor, wie ich verschiedene Materialien und so weiter einfach besser organisiert habe oder auch sinnvoller optimiert habe, dass es halt besser läuft. Oh, wie schön. Ich mag so Metalleffekte. Aber die fressen halt einfach so viel Performance und sowas. Ich wollte die auch für die Bilderrahmen machen, aber die ziehen halt deutlich Performance. Deswegen habe ich mich jetzt für eine glänzende Variante entschieden, aber halt keine metallische. Obwohl es glänzt auch nicht ganz so stark. Hier sieht man es besser. Ja, Licht macht viel aus. So. Das war es jetzt kurz zu meinem Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, die Engine könnt ihr downloaden. Die ist unten mit euch verlinkt über Mediafire. Könnt ihr euch die ZIP-Datei downloaden und selber spielen und gucken. Und wer denn möchte, kann mir seine Dateien und so weiter zusenden und sich eine eigene Wand da oben reservieren. Ich hoffe, da kommen bald mehr, damit es schön voll wird. So, dann danke für eure Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Buh-tah. D рынken, nevr. D foram wir. Bis zum nächsten Mal. Buh-tah. D l tram. Drei, tchau. Drei, tchau. Vielen Dank.